Zurück zum Bug 2. Jo. Mal gucken. Welche haben wir jetzt mehr Glück? Ja, wenn irgendwas war... Schön scheiße. So, ne? Konsonenspiele, die verpackt sind. Das war richtig Spaß. Wahrscheinlich machen wir nochmal alles komplett neu. Nein, ich bin wieder da. Cool. Dann schauen wir mal, weil ich komme hier jetzt weiter. Wo bin ich? Ich bin... Ich bin hier. Ich bin weiter. Hey. Siehste. Wahrscheinlich war das der Bug, wo es mich von der Oberwille zurückbeamt hat, oder? Kann vielleicht sein. Ich habe jetzt hier auch Gegner. Mensch, Alpha, bravo. Hier ist es aber friedlich. Was, du bist jetzt auf dem Klo, oder was? Evakuiere erst das Dach und hol dir dann Rios. Okay. Ja, mach was. Los jetzt. Wir haben es fast geschafft. Na, also. Holen wir Bravo und Rios. Verstanden. Nimm dir das Schafschützengewehr und gib ihnen Leco. Zu viel. Ich komme immer noch nicht weg. Ja. Wir kommen mal. Ich bin mit dem Helikopter. Ich versuche, alles gerade wegzuballern. Dann wollen wir doch mal. Weiter so. Da sind noch mehr. Scheiße. Gebt nicht auf, oder? Jetzt gibts aufs Maul. nur ein bisschen das ist krachen wenn die Trophäe gekommen, dann müsste man weitergehen, oder? es fängt an, mich wirklich wütend zu machen ich denke ich hoffe es doch nicht ich habe nicht in dem Level-AW-Fest zu sitzen der Grenat war fast auf den Sack ich will nie mehr, Mann sicher, dass er nicht wegkommt, also egal wie ich kann alles drücken ich kann runter ich kann runter ich kann runter bitteschön Ferne an wenn der in einem Auto drin war, dann wird er wahrscheinlich tot sein, oder? hier werden wir explodiert der Typ kann auch nicht ziehen tschüss, ne? es hat Spaß gemacht es hat Spaß gemacht nicht wirklich mein Agro-Level war grad ziemlich hoch wieso war doch alles easy war doch alles easy da waren keine Bugs da es war nicht langatmig oder so trotzdem das war auch grad ironisch das war auch grad ironisch gemacht das war auch grad ironisch gemacht ein Neuaufbau ein Neuaufbau was da dran unlogisch ist, weil Salem stirbt eigentlich egal wie man spielt, also konnte man sagen wie man spielt im zweiten Teil das war jetzt grad einen riesen fetten Spoiler aber wie alt das spiel ich? vielleicht ist es ja ein Vorteil also ein Vorteil also ein Vorteil also ein Vorteil wieso es ein Vorteil sein, wenn er ein Vorteil stirbt, wie soll er dann im zweiten Spiel? wie, also er stirbt doch im ersten, zweiten Spiel, oder? ja und vielleicht ist das ein Vorteil, und da kommt jetzt später raus, dass er noch gar nicht tot ist nää weißt du? nää darf ich schon aufmotzen, oder? Ich würde gern meine Waffe aufhotzen das okay ne weckl mir ne weckl mir ne weckl mir ne we seas äa muss ich da raus in Aransas gehen was denn wieso mit Gewalt spielen Ich glaube, du bist so ein Gewaltspieler. Fahrerlicher. Und? Ich stolz drauf. Ich mag schon was. So. Was ist zwischen einem Klappschaft und einem normalen Schaft? Ich nehme den auf jeden Fall. Du bist ein Klappschaft. Nehme ich erweitern, dann habe ich nämlich ein größeres Magazin oder Nachladetempo. Was macht mir Sinn? Mehr Muni oder schneller nachladen? Wie sagt mehr Muni? Dann Visier lasse ich so. Untersatz. Da ist ein Visier, ne? Das sehe ich mal ein bisschen genauer. Präzision. Mach mal Magazinschienen. Dann habe ich hier auch Nachladetempo. Das war schon, ne? Ups. Seitenaufsatz. Okay. Lauf. Ja, ne, lasse ich den drauf. Ja, mach mal den. Hinten. Was ist ja doch... das ist was man da noch haben Schrotflinte die Skule ich bin fertig schön mich hier noch erwürgen möchtest oder so nur ein bisschen den Dadebildschirm kenne ich schon mit Cordova das war getestet, ich habe es einmal hingekriegt mit Deckung? mit dem Vorspringen aber egal, die scheiß Richtung, wenn ich drücke kommt die Kacke nicht das Video kann ich schon es ist langweilig langweilig die Stadt ist den berichtigen das ist einfach auch anders die Mann steckst du an da rechts gesehen bei meiner Widerwahl verspreche ich Bautista aufzuhalten und Recht und Ordnung in La Puerta wiederherzustellen diese Männer hier beschützen T.W.O. hat mir Unterstützung beim Zerschlagen des Kartells zugesagt das war ein Jahr das war ein Jahr das ausgequatscht schon gesehen, ich habe eine andere Waffe gekauft hast du auch, ob sie gut ist? sie hat mehr Präzision deswegen habe ich einen Laser-VC gekauft Laser-VC und Mindungsdämpel wiederholen 10 Person verloren Rios 4 Alpha hier herrscht völliges Chaos Houston fahr los Moment ich muss Was muss du scheiße fahren? hihihi OPG ach du Scheiße idiot das war wohl, ne? nicht so toll vielleicht so wie sie ist geil oh oh rechts hier Alpha und Bravo hört uns jemand? ja Alpha ihr habt es also geschafft Rios was ist passiert? Kartellangriff begebt euch in Sicherheit und sucht nach Überlebenden ok ok oh ja einen Schuss abfeuern müssen wir definitiv nicht das kann ich dafür, dass das Schicksal keinen Spaß versteht fuck sie haben eine Panzerfaust hm das ist dann so recht gute Frage oh 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 ja der Zeug nicht besser sie Nh Bio gekauft habe meg Keks ex hofft inf Hz geil chuck oh Mann wie ich mich voll was für eine Scheiße das ist passiert Einstein ist tot tia die Ai deion Castle sind in der Boxe gut die finden den schon alle Anderem wollen sich glaube ich am Radassper wir auch kennst Du den Weg Also los. Irgendwo rechts war die Schwule von sobald nicht tot. Mich schießt jemand. Der Typ wohl nicht tot ist. Aber jetzt. Ich geh' nicht hergebeten. Ich komm' mit, Moment. Sieh zu. Nein. Ich will mich nicht. Ich musste einfach nur ein nettes Gebet aufsagen. Ich bin glücklich. Alter, ich bin glücklich. Oh Mann, was für eine Kacke oder? So war hab' ich noch nie erlebt. Bist du bei der Sache Soldat? Ja, ist schon okay. Se bravo. Wird man doch nicht mit deinem Angelbündchen? Quartmann, wir schaffen das schon. Angelbündchen. Nicht stehen bleiben. Stimmt. Rauf aufs Dach. Hab ich gesehen, wie das geht. Schöner Bodycheck. War schon gut, ne? Kann man nicht einfach so. Ich habe eine lange Übung. Laufstuhl ist einfach. Sonst würdest du das ja nicht sagen. Sonst würdest du das ja nicht sagen. Irgendwie hat die Umgebung ein bisschen was von Battlefield 3, oder? Ich habe Battlefield Tracer nicht so gespielt, deswegen kann ich es nicht sagen. Aber das Video ist gekickt. Was denn kurz? Das Video ist gekickt. Wieso? Ja gut, aber trotzdem, ne? Okay, ich bin irgendwie... Battlefield Tracer grabe ich einfach viel einspruchsvoller aus. Ja, das ist schön, aber im Prinzip vom Häuserkampf und... Ich lache mich schlapp. Wird's bald. Ich sage nichts über meine Mama, das gibt auf die Fresse. Ui. Die Mama ist heilig. Uh. Ja, der war gut. Verdammter Scheiße. Das war schon klasse. Der war gut. Verdammt! Der Elf! Dieses scheiße MG versperren uns den Weg. Was sollen wir jetzt tun? Auf der rechten Seite ist ein Vorspruch. Wir klettern hoch und verkehren das Ding vom Dach aus. Ja. Verstanden. Moment. Ich renne, okay? Mhm. Eins, zwei... So... Du musst mitkommen. Wer ist mit dem Boost, Kumpel? Ich müsste eine Räuberleiter machen, sonst geht es nicht. Los, geh hier hoch! Siehst du? Ich kann... Ja. Drücken, was ich will. Gibt's da wahrscheinlich auch nicht. Ich helfe dir hoch, Kumpel! Soll ich mich holen, ne? Oder auch nicht. Hoch mit dir! Nein, ich glaub nicht. Nein! Ich kann auf jeden Fall das Feuer auf mich ziehen. Danke schön. Rios, wenn du das hören kannst. Amp hat's erwischt. Wir sind ganz alleine. Verstanden, Alpha. PI und Castle suchen Cordoba. Pike und Bradley sind direkt hinter ihnen. Also haben noch welche überlebt. Auf zum Rathaus. Haltet euch. Mason kommt mit einem Evakuierungstruck. Oh, okay. Oh! Oh, man! Oh, man! Oh, an er ist Schlager so gehört. Oh. Oh, das ist schon geil. Aufpassen, links! Ist denn alle, ja? Komm ich vor? Soweit bis jetzt, ja. Okay, dann komm ich. Der eine hat sich gerade hingelegt. Den war klar schlecht. Also kleine Puta. Panzerfaust! Da bin ich da, okay. Ja. Den auch auf jeden Fall. Ogenwo oben oder so. Ah. Ich geb dir Deckung. Mach hin! Ich hab mir richtig... Jetzt ist Schluss! Ja, Arschlöcher! Gut, ich erstmal aus. Das ist ja aus, ne? Schlachtfeld. Ja. Stimmt, du. Ich schieße mir den Arsch, Mann. Das war knapp. Du hast mir gar nicht erzählt, dass du ein Angelboot kaufen willst. Wir fangen die Tür zu euch, ne? Ja, wir fangen die Tür zu euch, ne? Das weißt du doch. Naja, trotzdem. Du und Angeln? Fische fangen kann ich. Du hast ja keine Ahnung. Ha. Womit angelst du denn? Mit Dynamit? Feinde! Schön! Ich hab dich schon an Nachkampf gesehen. Sohn der Scheiß. Hat mir fast zu weit. Hat mir Punkte gegeben, hast nicht geguckt. Ich sterb schon noch. Ich sag mir, es wird einfach mehr Punkte geben, ne? Ich frag mich, für was das Spiel in Deutschland geschnitten ist. So schlimm ist es doch nicht. Ja, ist das geschnitten? Nein, nicht die AT-Version. Okay. Sicher? Ja. Okay. Ja, der ist tot. Siehst du? Ja, gut. Ja. Ich muss das gerade selber testen. Ey, das sieht hier komisch aus. Richtig hässlich, oder? Oh Gott. Komisch halt. Ich bin ja grässlich hier, ey. Dann guck's nicht an und lauf weiter, ey. War mal kurz. Ja, das war ja gar nichts. Mann, wenn man Gesichtstattoo machen lässt, da ist das quasi so viel wie, ich hab keinen Bock mehr, geht mir einfach lebenslänglich. Ja, dann kriegt man wirklich kein Angelboot mehr. Du bist so witzig. Ja. So lustig. Oh Mann, die bewachen diesen Parkplatz als wer aus Gold. Also sind wir auf der richtigen Fährte. Oh nein, das ist so. Komisches Gold. Oh, oh. Hey, brauche Hilfe. Dauert nur ein kleinen Moment. Ach ja. Du bist echt der Beste. Ach ja, ich weiß. Was ist das? so sieht das aus wir sind gleich da glauben wir zumindest er könnte uns hier echte limousine schicken ein panzer wäre besser das wäre cool da rechts versteckt es sich ja versteckt diese kartellbastate meint wirklich ernst soll wohl eine botschaft Ja, ich auch. Der war mies. Wo? Wir machen's wie beim letzten Mal. Einer lenkt das Ding ab, der andere flankiert vom Dach. In die Kugeln reinlaufen fände ich auch cool, aber dein Plan klingt besser. Kletter hier hoch! Schneller. Ja. Ich bin dir beschossen. Ich hab mir gedacht, ich treffe uns nicht gleich. Nimm die Flanke! Ich gebe dir Deckung! Ich hab mich noch. Schon vor mir an die Flanke! Ich bin der Flanke Clement. Los! und du bist du ich wollte schon abknallen hallo ich sehe nicht wo ist wie die ne doch du bist der feind mit ne gelben maske kein maske gelben maske so ich würde sagen das benutzen kurzer als cut oder nur kategorien ja kategorien